Die neue Woche beginnt beim Wetter, so wie die letzte Woche zu Ende gegangen ist, mit vielen Wolken und mit ein bisschen Niederschlag. Denn zwischen zwei kräftigen Hochdruckgebieten drängelt sich jetzt nach Hamburg ein Tiefdruckgebiet. Und das kommt jetzt hereingezogen von der Nordsee her. Wir bleiben in einer kühlen Luftmasse. Die Chance auf Sonne in dieser Woche sehr, sehr eingeschränkt. Denn kaum, dass das Tiefdruckgebiet abgezogen ist, setzt sich auch schon wieder der Hochnebel durch. Jetzt naht von der Nordsee her ein Tiefausläufer. Es ist die Kaltfront dieses Tiefs. Und dieser Kaltfront bringt uns ein bisschen Regen heute Vormittag. Der kommt hereingezogen und wird dann auch mal ein bisschen mäßig sein. Also nicht nur leichte Regentropfen, sondern auch ein paar schwerere Regentropfen. Die sind ein bisschen größer und ein bisschen enger gedrängelt. Einen Vormittag für den Regenschirm. Acht Grad heute, die Tageshöchsttemperatur. Die Sonne bleibt hinter den dichten Wolken verborgen. Heute Nachmittag noch leichter Regen. Später geht das Ganze in Sprühregen über. Die Temperaturen heute Abend bei sieben Grad. Es bleibt auch in der kommenden Nacht zugezogen. Zum Teil neblig trüb. Und so starten wir auch morgen in den Tag hinein. Mit Temperaturen von fünf Grad, neun Grad sind es dann am Nachmittag. Es gibt dichte Wolken und ganz vereinzelt mal ein bisschen Sonnenschein. Am Mittwoch ein ähnlicher Wetterablauf. Der Vorteil am Mittwoch ist, dass es meistens trocken bleibt. Die Nächte sind kühl. Drei Grad als tiefste Werte in der Nacht zum Mittwoch. Donnerstag und Freitag. Frühwerte bei vier Grad. Nachmittagswerte bei acht bis neun Grad. Es bleibt bei der dichten Bewölkung. Und ab und zu fällt ein bisschen Sprühregen aus der neblig trüben Wetterlage heraus. Wenig Änderung beim Wetter.